hallo liebe solopreneure hier ist die schalja grüßt euch heute mit einem weiteren video und zwar heute zu dem thema dein erlebnis laden und dein erlebnis laden ist vielleicht nicht was du denkst du wirst es gleich allerdings erfahren ich habe dein erlebnis laden hier mal aufgezeichnet in einem meiner berühmten zeichnungen und wie du hier vielleicht sehen kannst hat ein erlebnis laden ein vorderzimmer und ein hinterzimmer hallo liegt schön dass du da bist und zwar dieses erlebnis laden ist die weiterführung eines metapheres die ich in letzter zeit mit meinem coach mit nikola bird bespreche wenn wir uns einschließen in einem 1 zu 1 coaching und ich möchte darüber sprechen und zwar vielleicht kennst du das auch es gibt so läden wo man reingeht und dort passiert etwas spannendes in tennessee gab es also wo ich aufgewachsen bin es gab ein laden in chattanooga und zwar das war so ein pottery store ich weiß gar nicht wie das auf deutsch heißt aber du bist reingegangen du hast so porzellanteller gekriegt die waren erstmal weiß oder porzellantassen die waren weiß porzellanbasen die waren weiß und du hast dich hingesetzt mit deinen freunden und du hast die angemalt und gestaltet und dann in den ofen gestellt um den glanz hinzubekommen so ein erlebnis laden oder was könnte es noch für ein erlebnis laden gehen als ich in münchen gelebt habe es gab ein laden in der nähe von wo war das sendlinger tour irgendwo in der richtung und zwar es ging um basteln um nähen um um dinge tun und gestalten und ich habe das allererste mal so richtig gescheit zum nähen gelernt in diesem laden angefangen mit so geradliniger vorhänge später habe ich eine ziemlich ausgefeilte handtasche genäht wenn ich das so sagen darf und diese tasche habe ich noch heute und dort werden erlebnisse produziert in diesem leben und jetzt gehen wir zu deinem erlebnis laden und wir wollen da hineinschauen was was dort passiert weiß nicht ob nähen oder oder porzellanteller gestalten keine ahnung was bei dir ist aber wahrscheinlich was anderes und zwar warum ich überhaupt auf die idee gekommen bin das video von heute zu drehen ist dass ich letzte woche ein video über produktivität gedreht habe und ich habe gesagt so ich bin sehr produktiv unterwegs gewesen in den letzten tagen und das sowohl ich wenig arbeite und ich mache das 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 und das und am ende von dem video habe ich gesagt aber trotz all diesen tipps die ich gerade gegeben habe produktivität steuert nicht mehr mein unternehmerleben und ist mir gar nicht so wichtig ich mache es nur deswegen weil weil ich es cool finde weil es spaß macht weil es irgendwie lebendig ist für mich produktivität anzusehen was ist da geschehen aber ich mache meine identität davon nicht mehr abhängig ob ich produktiv bin oder nicht ob ich einen produktiven tag hatte oder nicht und daraus ist dieser erlebnisladen heute entstanden und wir wollen das genau ansehen jetzt und zwar folgendes gehen wir zurück zu der zeichnung nehmen wir das thema produktivität und ich möchte dass du dir folgendes szenario vorstellst hier in dem vorderzimmer ist dein erlebnisbereich und hier sind deine ganzen mitarbeiter wenn man so will die für jemand arbeiten nämlich für diesen herr oder diese frau hier in dem hinterzimmer dieser hinterzimmer ist ein zimmer im laden das für die meisten absolut verboten bleibt und zwar die meiste zeit aber dieses zimmer spielt eine wesentliche rolle und diese person die darin steht und und dirigiert ist eine wichtige person und ich möchte dass du dir folgendes szenario vorstellst diese person ich nenne sie einfach mal einfach jetzt die die chefin im laden die denkerin im laden sie ist irgendeines tages auf der idee gekommen dass produktivität ganz 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 wichtig ist für den erlebnis laden ganz ganz wichtig es ist sogar existenziell und weil sie das so unglaublich wichtig findet ruft sie die ganze mitarbeiter von dem vordersten front in dem erlebnis laden in das hintere zimmer und sie sagt so jungs und mädels ich habe was wichtiges zu berichten produktivität ist mega wichtig unsere ganze existenz hängt davon ab und ich möchte dass ihr wenn ihr wieder raus geht in dem vorderen teil von dem erlebnis laden darauf achtet produktiv zu sein euer fokus sollte auf produktivität sein und ihr ganzes euer ganzes denken euer ganz tun alles soll darauf ausgerichtet sein wenn ihr das nicht macht sind wir hier bedroht wir sind hier wirklich bedroht und die erlebnis mitarbeiter die im vorderen teil des ladens arbeiten sie sagen jawohl chefin haben wir verstanden machen wir und sie gehen raus in den vorderen teil und sie werden richtig beschäftigt die informieren sich über produktivität sie versuchen ein produktives verhalten an den tag zu leben die die bauen ein ein erlebnis von produktivität in diesem vorderen teil des ladens und lassen das aufblitzen in allen möglichen farben und und je nachdem wird produktivität ein genusserlebnis oder ein hoher erlebnis oder ich weiß nicht was was da in dem vorderzimmer passiert aber dieses erlebnis produktivität in ihm ist ganz wichtig ist essentiell wird einfach forciert und in aus allen poren gelebt und durchgesetzt mit von den mitarbeitern okay so produktivität dann passiert folgend dass eines tages bei der chefin aus irgendeinem grund geht ein blitzlicht auf so sie hat irgendwie so mal ich mach mal hier so ein blitz in ein geistesblitz und die chefin sieht etwas neues in dem moment und sie erkennt plötzlich die chefin im hinterzimmer moment irgendwie diese geschichte mit der produktivität ist nicht ganz richtig ich habe mich getäuscht glaube ich ist scheinbar nicht so wichtig wie ich dachte eigentlich was wichtiger wäre ist dass wir mal hier ein bisschen mehr spaß haben im laden dass wir ein bisschen mehr lebendigkeit und freude spüren in dem was wir tun und vielleicht ist produktivität gar nicht so essenziell wie ich dachte okay so dann natürlich weil das ein wichtiges erkenntnis ist und die chefin davon überzeugt ist ruf sie die ganzen mitarbeiter zurück von dem vorderen zimmer im erlebnisladen zu dem hinterzimmer und sagt junges und mädels kleine strategiewechsel haben wir hier jetzt geht es um lebendigkeit wir wollen hier in diesem erlebnisladen lebendig sein und freude haben und irgendwie ein schönes erlebnis haben das ist ganz ganz wichtig und da sollten wir überall achten wo ist die freude zu finden wo spürt man sich lebendig also lebendigkeit ist einfach da wo wir unseren respekt legen und die mitarbeiter schauen sich verdutzt an und sie denken sich ach ok na gut wenn die chefin das sagt ist die große denkerin hier wir sind die ausführer also machen wir das und die gehen nach vorne und sie beginnen sich zu tätigen in dem erlebnisladen sie produzieren lebendigkeitserfahrungen ich merkte dass ich das einfach jetzt on the fly erfinden gerade aber das kann mir heute einfach mal in den zinten das zu tun und plötzlich sitzt der eine mitarbeiter dort und er rufst der anderen mitarbeiter rüber und sagt hey du du kannst du mir hier rüber kommen ich habe ein problem und der andere geht rüber und sagt ja was ist los wir sind jetzt auf lebendigkeit gepolt ist eigentlich klar das briefing und der mitarbeiter sagt ja aber hier ist produktivität und eigentlich wenn ich ernst darüber nachdenke es freut mich ich mag es es macht mir spaß ich würde ganz gerne diese methode die wir in der produktivitätsphase gefunden haben weiterführen ich weiß aber nicht ob das okay ist weil wir jetzt sind gepolt auf lebendigkeit und auf freude und der andere mitarbeiter kratzt sich den kopf und überlegt sich ja was machen wir jetzt ist das okay oder nicht und dann fragt er ihn ja also diese produktivität machst du freude hast du lust das zu tun ja schon und dann sagt er gut mach es ist erlaubt die chefin hat gesagt alles was uns lebendig macht das ist erlaubt ja so ich übertreibe jetzt ein bisschen an diesem beispiel aber nur dass ihr ein gefühl bekommt wie wie das aussieht wenn wir dieses ganze erlebnis laden anschauen und die message von diesem heutigen video und ich werde das ein wenig noch ausführen ist everything is an experience of your current understanding alles ist eine erfahrung von deinem aktuellen verständnis und dieses hinterzimmer ist sowas wie der raum wo dieses verständnis stattfindet das ist das was ich mit nikola in letzter zeit viel besprecher und es bestimmt was hier vorne nach außen geht und wir jenigen also ich und du wir sind quasi die wahrnehmung die die pure wahrnehmung die auf das erlebnis laden schaut wir sind nicht im erlebnis laden wir schauen auf das erlebnis laden und als ich mein geschäft geführt habe über viele jahre und nicht besonders wach war nicht besonders bewusst unterwegs war war ich sehr viel als wahrnehmung fokussiert hier auf diesem vorderzimmer und was passiert ich habe nie oder selten in den hinterzimmer geschaut was die chefin gerade denkt was sie gesehen hat oder nicht gesehen hat ich habe nicht dorthin geschaut zu dem bewusst zu dort was ihr verständnis ist sondern ich habe einfach geschaut zu den hektisch herumschwierenden produktivitätsmitarbeiter die für ihr leben und uns sehr sehr ernst versucht haben ein business aufzubauen von dem der kleinen shell ja gut leben kann und zwar wahnsinnig gepolt auf produktivität und denkend die mitarbeiter das ganze identität ihre ganze existenz davon abhängt ob sie produktiv genug oder nicht und sich unglaublich damit beschäftigt und ich war wie von außen in der wahrnehmung habe ich diesen vorderzimmer angeschaut nicht achten von dem hinterzimmer und habe das wie einen fantastischen film angeschaut aber ohne mitzubekommen dass das alles ist dass das das nicht echt ist dass das ein film das das abläuft da vorne im laden in einem erlebnis laden da wird ein erlebnis produziert ich gebe euch ein weiteres beispiel nämlich dazu habe ich auch ein video vor weihnachten irgendwann mal letztes jahr ich weiß nicht ob im dezember oder november gedreht ich war auf jahrelang in dem vorderen zimmer des erlebnis ladens wir haben uns damit beschäftigt eine gute konversion zu bekommen in unseren kennenlern gesprächen wenn ich auf 50 prozent konversion war das heißt von zwei leute die in unser kennenlern gespräch kommen hat eine ja gesagt und hat eine nein gesagt ich wollte das unbedingt weiterführen auf 80 auf 90 prozent ja wahnsinnige fokussierung drauf irgendwann mal hat simone dann die kennenlern gespräche übernommen bei uns und ich habe mit meinen guten konversionsquote ihr gesagt so und so ist es üblich bei uns und so weiter und so fort und dann eines tages ich weiß nicht was passiert ist aber ich hatte einen blitz beziehungsweise die kleine denkerin die kleine chef in dem hinterzimmer und sie hat eine kenntnis gehabt nämlich dass die personen die in die kennenlern gespräche kommen ihre eigene weisheit haben sie haben ihre eigene weisheit und sie werden selber geführt zu einer zusammenarbeit oder nicht und plötzlich war meine kenntnis das ist unsere nicht unsere job die konversionsrate zu erhöhen sondern unser einziger job ist es aufzutauchen in dem business den kennenlernen prozess anzuschauen zu gucken ob er möglichst gut gestaltet ist für den potenziellen kunden dass sie möglichst mitbekommen was der nutz und eine zusammenarbeit ist und von dort weg wird ihre weisheit kann es in alle möglichen richtungen geben es kann an eine woche so sein dass 70 prozent der leute ihre weisheit in ein nein führen und 30 prozent in ein ja und es würde mit uns in anführungszeichen nichts zu tun haben aber so sah ich das dann und so ging ein blitz in dem hinterzimmer auf und dann rief ich unbewusst alle mitarbeiter in dem erlebnis laden von vorne nach hinten und habe gesagt entschuldigung habe mich verirrt die totale verkrampfte fokussierung auf die konversion macht keinen sinn die kunden haben weisheit stell dir vor also die mitarbeiter verdutzt was ist das erlebnis das das du haben möchtest scheffen und ich ja dann dann stehen wir den leuten voll in dem dienst und versuchen den möglichst gut zu informieren was wir haben und was wir nicht tun können und dann lassen wir ihre weisheit spielen und die mitarbeiterin mitarbeiter zu mir oder zu der steffen zu der denkerin jawohl machen wir nach vorne gehend und einfach mal dann gedanken ideen geliefert wie man diesen prozess möglichst im dienst der kunden stehend gestalten kann und diese gespräche mit der konversion gibt es ab und zu weil es uns spaß macht manchmal die statistiken anzuschauen und zu gucken was ist in letzter zeit geschehen oder nicht und dann sagen wir ja ok interessant die weisheit hat hat ihn hingeführt oder das gleiche mit dem mit dem zahl auf dem umsatzsättel vielleicht kennst du das auch also früher in meinem erlebnis laden war die chefin da hinten nicht gut aufgeklärt und sie hat wirklich 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 gedacht ihr verständnis von leben war wenn shelly eine umsatz betrag x auf dem konto hier stehen haben dann wird sie glücklich und wenn der unterhalt von dieser zahl ist übrigens willkürlich bestimmt dann wird sie nicht glücklich und so hat sie alle mitarbeiter nach hinten gerufen und gesagt ok leute erlebnis laden pur shelly's existenz ihre identität hängt davon ab was da steht an diesem umsatz hat sie dir diese zahl da müssen wir hin also macht euch gefälligst an die arbeit jawohl chefin rein in den laden vorne und unglaubliche beschäftigung unglaubliche tätigung um dort hin zu kommen weil alle glaubten ganz fest weil das hinter simmer es gesagt hat schade ist in gefahr auf irgendeine weise sie ist unsicher wenn wir das nicht erreichen und über jahre immer wieder an diesen umsatz zahl gekommen hat hat die chefin gemerkt moment aber die kleine die shelly die ist nicht glücklicher das ist das das die ist ja dann findet sie findet sie etwas anderes vorüber sie nicht glücklich sein kann oder sie steckt sich das nächste hohe umsatz ziel und denkt sich sie wird glücklich aber es wird nicht so ein geistesblitz ging auf moment die zahl auf dem settle hat mit dem inneren wohlbefinden mit dem glück und der zufriedenheit im leben oder mit dem business nichts zu tun scheiße was jetzt ja ja und dann der nächste geistesblitz okay wenn wenn die shelly ständig in die zukunft hinarbeitet für einen tag der kommen soll da an dem sie glücklich sein wird aber der kommt nicht dann war der geistesblitz aha okay dann können wir an dem heutigen tag schon den genuss einfordern der das leben einem zu bieten hat und wir müssen nicht warten bis irgendwas geschieht im außen damit sie das haben kann sie kann sie jetzt haben ja und dann die steffen im hinterzimmer alle nach vorne nach hinten gerufen und gesagt hey leute komm zurück ich habe ein neues briefing neues erkenntnis neueste recherchen ergeben die shelly braucht das alles nicht wir fokussieren auf now business auf jetzt geschäft was die mitarbeiter katzen ihren kopf chefin was ist jetzt geschäft naja ich weiß es auch nicht das heißt tu die sachen die die shelly jetzt heute spaß machen ja such nach diesen dingen und dann geben wir sie ihr und schau mal was sie damit macht ja und 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 das ganze geht auf allen Ebenen in deinem Leben in der Liebe wenn du glaubst du brauchst wahre Liebe und wahre Liebe wird nur dadurch erlangt dass du in deine weibliche Kraft kommst ja er hat ein thema am wochenende mit einer kundin darüber dann werden alle mitarbeiter mobilisiert um die weiblichkeit zu suchen und das zu haben wollen und wo ist die weiblichkeit und ich brauche das sonst kann ich die wahre Liebe nicht bekommen und würde die chefin im hinterzimmer die erkenntnis bekommen moment das ist nicht notwendig ich bin jetzt perfekt vollkommen und offen und bereit für die für die Liebe in welcher Form auch immer sie zu mir kommt dann würde sich das Briefing im Vorderzimmer ändern und und auch das gesamte Erlebnis würde beginnen sich zu shiften zu verändern und das ist nun mal so ein Denkanstoß für den für den heutigen Tag und auch die Frage an dich nämlich wie viel achtest du in letzter Zeit als die Wahrnehmung im Außen die pure Wahrnehmung die auf den Erlebnisladen schaut wie klar ist dir dass dieser Hinterzimmer existiert hast du das überhaupt wahrgenommen hast du gewusst dass alles eine Erfahrung ist von dem momentanen Verständnis was hier hinten von der Chefin geschieht ja oder warst du vollkommen in dem Erlebnisladen und das Erlebnis was dort produziert wird eingefangen in der Illusion des Films der dort abläuft gefangen die gute Nachricht ist egal wo du geschaut hast da ist immer ein natürlicher Prozess am Laufen nämlich die Chefin sieht immer mehr das Leben schreitet fort und sie wird immer wacher sie wird immer erkenntnisreicher sie wacht immer zu neuen Dingen auf ohne dass du dafür was tun musst du musst nicht ein ernstes Gespräch mit der Chefin führen dass sie was besseres sieht du musst nicht ähm sagen Chefin die Jahresziele schauen so aus dass du an dir arbeiten musst dass du mehr Erkenntnis hast nein die Erkenntnis ist so ein so ein dermaßen natürlicher Prozess dieses Aufwachprozess ist die ganze Zeit am Laufen nur hier ist das Ding und das so schöne Ding wie ich finde während die Chefin immer mehr Erkenntnisse gewinnt der dann immer mehr aufwacht wenn du einfach die Verantwortung so gut du kannst übernimmst für die Wahrnehmung dessen was hier am Laufen ist dann kann einfach jedes Erlebnis hier im Erlebnisladen produziert werden in deinem Business und in deinem Leben aber du kannst es mit einer gewissen liebevolle Distanz betrachten und deine Aufmerksamkeit in Richtung des Hinterzimmers schwenken und sagen okay das was hier vorne gerade läuft ist in einem direkten Zusammenhang mit dem Hinterzimmer da gibt es irgendwas zu sehen da bin ich gespannt was noch kommen wird da bin ich echt gespannt was ich sehen werde und entspannter Erfolg als Solopreneur oder Solopreneurin läuft aus meiner Sicht so einfach wie das das ist echt die ganze Zeit wo ich hinschaue mit meinen Kunden zum Beispiel in dem 3-Jahres-Programm wir sind immer am hinschauen zu dieser ja heute in dem Metapher gepackten Erlebnisladen es gibt viele Metaphern für diese Idee aber einfach mal die Wahrnehmung zu bleiben einfach diese liebevolle, humorvolle Sicht auf diesen Erlebnisladen zu bewahren und in einem friedlichen, fließenden, natürlichen Flow nach vorne zu gehen und zu warten bis die Chefin wieder was Neues sieht ja und dass sie was sieht ist vorprogrammiert das ist einfach ihre Hauptaufgabe so das war's für heute ich bin sehr gespannt auf die Kommentare für heute weil das irgendwie alles aus mir herausgeflossen ist so nur ein bisschen geplant und der Rest sehr, sehr spontan entwickelt was siehst du denn? was hörst du? ähm schreib mir in dem Kommentarbereich warst du im Vorderzimmer, warst du im Hinterzimmer in letzter Zeit häufiger was waren Erkenntnisse die deine Chefin hatte in letzter Zeit wo sie die Mitarbeiter zu einem neuen Erlebnis motiviert hat teile es mir mit es gibt nichts Schöneres für mich ein Teil deines Weges zu sein und zu schauen was in deinem Erlebnisladen passiert und dass wir das diskutieren gemeinsam dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal wieder online Tschüss zusammen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal